Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei einer neuen Runde von Path of Exile mit Don und Büni. Hallo Don. Hallo Büni. Juhu, Path of Exile. Applaus, Applaus, Applaus. Yeah. Ja, schöner Einstieg. Wir wollten, wir wollten, was mussten wir? Wir mussten eigentlich wieder zurück auf die Tidal Island und dort das Medizinkästchen für Nessa holen. Wir sind ja das letzte Mal glorios gestorben, nachdem, nein das ist der falsche Weg, nachdem ich, was, Moment, warum eigentlich? Ja, ich habe versucht gehabt mit dem Waypoint, aber wir haben ja noch keinen. Wir haben ja noch keinen. Blöd. Ja, nachdem ich ja das letzte Mal so glorios gescheitert bin, weil ich da in eine Riesenhorde reingelaufen bin, weil ich nicht so richtig mit den Maps zurechtkomme oder zu Recht kam. Ich weiß nicht, ob sich das geändert hat, ich glaube nicht. Aber heute macht das nichts, weil denn in dieser Session spielt der Büni. Das heißt, jetzt kann ich Kommentare abgeben wie, boah, du dummer Türke, mach das doch mal ordentlich. Entschuldigung. Ja, man muss dazu beachten, mir mochte ich nichts. Also ich bin da, wie nennt man das, tolerant? Ja, du, aber ich nicht. Ja, das, oh, oh, ich bin froh, dass wir nicht allzu viele Zuschauer haben. Ja, ja, das würde, das. Ja, 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 ja. Hallo. Aber ich bin ja selber Schwabe in Bayern, also ich bin, ich werde, wenn hier jemand diskutiert wird, bin ich. Ah, schön. Ich bin immer noch begeistert, es ist schön. Es ist ein schönes Spiel. Weißt du, was mir aufgefallen ist? und zwar ein aber sagt mir wir treffen nicht wir treffen hat auch ich glaube du standst weit weg du hast ein glas schenk liegen liegen lassen ja du bist einer von diesen Spielen die nur das einsammeln was sie brauchen können oder wie ich bin einer da ist nix ist das nicht da ach das ist tschuldigung das gehört nicht mehr warte mal hier war doch irgendwo ach wo muss ich denn hin ist doch egal aber hast du inzwischen verstanden wie die karte funktioniert so wie die karte funktioniert ja das ist das problem das erste mal die karte sich wieder neu aufbaut wenn man wieder ins level kommt dass man schon gespielt hat ja ein bisschen seltsam finde und das definitiv nicht so war wie vorher also dass man richtig weiß also wir mussten ganz anders laufen also ich bin ja so zurückgelaufen achte dass wir hingekommen sind und kam ja dann dieser schlamassel mit diesen 598.000 untoten die mich dann geschnetzelt haben also das war ja siehst du was ich genau das ich habe ja worauf ich ja die ganze zeit hinaus wollte sie darf ich dich kurz unterbrechen ich möchte mich jetzt schon mal entschuldigen das ist ungefähr das planloseste was wir zusammen jemals fabriziert haben und das will was heißen oh ja okay noch mal von vorne ich komme mit der map nicht zurecht ich finde das seltsam weil wir laufen müssen einen ganz anderen weg laufen als beim letzten mal oder so ich würde ja gerne behaupten wir laufen im kreis herum allerdings geht das nicht ich meine wir haben noch nicht meinen ausgang soll jetzt muss ich aber also ich muss jetzt aber noch mal sagen wir spielen es immer noch blind also ja ich muss zugeben der der bühne der spielt gar nicht mehr so bleiben der hat mich der hat mich vorgestellt ich habe mal ich habe mal rein geschnuppert ich hingegen habe nur mal eine halbe stunde wirklich aber ja mir ging es ja ursprünglich darum dass ich einfach mal die geschichte verstehe worum geht es eigentlich in diesem spiel und ich muss gestehen hey ich habe ein level ab wir haben ja ja wir wir okay gut so was an solche bezeichnungen gewesen mädchen die ich kann ich meine oben natürlich bevor ich sicher ob du es machst jetzt weiß ich glaube sogar wo wir sind ja wir sind on the coast hier steht aber ich hatte auch nicht so viel zeit dafür hier paar verwechseln weiter zu spielen mich da mehr einzuarbeiten weil ich habe nämlich ein anderes let's play gemacht und das war so zeit ist sie das jahr das werde die länder überlegen wenn diese folge online geht werdet ihr das auf meinem kanal schon sehen können ganz ehrlich das ist ein let's play mal sehen ob ich irgendwann mal dazu kommt das bis zum ende durchzuspielen sehr empfehlenswert muss ich wirklich gestehen also es war von der ersten sekunden von der ersten sekunde an hammer also ich habe mit gefiebert also ist die die story unheimlich spannend ja die nimmt dann richtig mit was fehlt ist so ein bisschen die erotik muss ich sagen stammt der ersten unter aber die kommen sich dazu denken richtig aber die handlung die ich sehr tiefgreifen muss man sagen also die ist sie sehr philosophisch zugesehen eigentlich ja man ist kann noch ist so jetzt genug gespoilert das könnt ihr euch bei mir angucken und jetzt mal konzentrieren uns mal wieder auf dieses wunderschöne free-to-play spiel was ich immer noch faszinierend gut finde richtig genau und ja genau ich wollte ja zu dieser tante nach oben und die feuer übrigen richtig genau aber davor mache ich ihre die minions ihre mobs mache ich mein blatt hier so mädchen jetzt bin ich mal direkt bei dir scheint so sie hat lange haare die jungs haben mir eine glatze feier für die aussehen feier für und 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 die resistent macht uns nichts mehr wir sind wie es sind die animationen sind wirklich einfach nur großartig finde ich ja die kann man die kann man mehr genießen wenn man selber nicht vergessen was habe ich ja ja altes problem ich will halt alles eingesammelt haben haben wir den immer noch jahre glas schenken und mit zwei kräftigen und und so eine komische faustwaffe aber diesen diesen faustdolch immer noch diese diesen dings ja ja genau dass das hier genau diesen diesen weinöffner hier durch die ich mit einem kommen ziehen ja ja genau kommen sie ja so heißen die dinge so ein weinöffner der beiden öfter dies daher trinken ja auch gerade bier und hopfen nein nein wir trinken tee apropos wo ist mein team ich trinke mal ein schlückchen und ein ihr stört ihn beim trinken das geht doch nicht die mache ich doch mit rechtsblatt man sind ja faszinierend im übrigen zwecks zwecks sachen die ich liegen dass da da merkt man mal den unterschied zwischen bayern und schwaben der schwabe möchte es gerne aufsammeln der bayern nimmt nur das mit was ihm auch also was halt sein muss ja das finde ich jetzt ja das ist vollkommen deswegen sind wir auch wir und ihr seid ihr das ist ja auch ganz gut so ja genau aber ich muss ja jetzt mal zugeben bevor es mir mit irgendwelchen bayern versaut ich liebe bayer wirklich von herzen und gerade hier die oberbayerische gegend wo ich dann gerne in den bergen bin etc unterwegs klettern bergsteig jetzt immer schon wieder voll das hättest du nie geschafft was voll also so voll voll also ich meine so richtig vor voller geht ja gar nicht da ist bloß noch hier was frei ja das mal voll ne ja kannst du dich noch daran erinnern warum wir eigentlich die letzte folge beendet haben naja weil ich gestorben bin weil ich zurück wollte und wir wollten eigentlich in die title island zurück aber das könnte nein wir sind wieder zurück weil wir verkaufen wollten ja genau sind nicht im title island angekommen weil das blöde ist wenn ich das richtig verstehe die monster respawnen ja in jedem level das heißt wenn wir zurückgehen nach reckless oder wie das heißt und und verkaufen das hat er jetzt nicht gesehen ja doch das habe ich gesehen ich habe das aufgegeben ja wie gesagt wir sind hier im verschwenderischen bayern das habe ich jetzt nicht wir sind dekadent ihr streut eure straßen im winter mit goldstücken naja da muss ich mit leben so dann ich mache mal kurz die map weg damit wir auch mehr sehen olé 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 heute abend ist ja champions league also vorgestern war champions league so gesehen oder so ok dem wann die folge kommt ich muss gestehen ich schau kein fußball spielt heute dortmund nicht oder hat mich vor drei tagen dortmund in st petersburg gespielt aha ja ich meine ich habe ja auch ich glaube heute in den nachrichten oder sowas gelesen auf news.google.de ja da lese ich meine nachrichten da habe ich auch gelesen dass irgendwer bvb fans ne bvb war ihre fans vor russischen fans ja die die ultras von st petersburg also die als harmlos einzustufen wäre dämlich ja ich selber ich bin ja fußball ja das hast du gut gemacht ich habe mich geheilt das hat also ich habe guck mal die dance bleiben sie beim thema ja gut wenn wir schon mal hier sind dann können wir auch verkaufen das war absicht verkaufen wir so können wir das nachher geschickt schneiden so dass das absicht war genau das tun wir auch übermoderieren und sagen dann einfach ja das war jetzt beabsichtigt okay warte mal ganz kurz pause und ich setze dann ein ok also und jetzt haben wir uns geschlagen ins dörf hier um zu verkaufen ich glaube ich muss kein schwein naja guck doch mal warte mal willst du wirklich die glasshenks behalten das wäre doch viel cooler wenn man zwei so äxte hätten ich mache das immer im übrigen durch mein gedingsel ist mir nämlich folgendes aufgefallen wenn man alt drückt dann kann man nachsehen also dann kann man vergleichen vergleich zu genau richtig aber two-handed können wir gleich mal ignorieren weil davon bin ich gänzlich kein fan können wir das nehmen brauchen wir das das macht mehr schaden naja fünf bis zehn und drei bis elf also der untere ist höher stimmt 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 und die critical strike chance ist niedriger die attack speed ist ein bisschen höher brauchen wir nicht kommen nach sie ist niedriger so rum mehr brauchen wir nicht ist wirklich nicht besser ein hätte es allen hätte er sind immer gleich okay 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 also jetzt nicht immer nur jetzt ja ja würde ich mal sagen die sind beispielsweise besser oder ja welche ist denn also das was drüber angezeigt das ist das was was man schon nehmen was müssen wir denn der deutsche sprache schwerer sprachen nirgendwo da guck nack verzeihung aber ich nicht gut deine deine nicht nur deutsch eh nicht gut deutsch für die aus dem land hat er ist es eigentlich nicht die schwebisch mit sich um das ist aber gar nicht verloren um okay das geht schon mal nicht so dass ich kann es nicht mehr weg liegen haben ich wollte das equipment ich habe jetzt die schuhe ausgezogen und hier eingestellt ja jetzt wollte ich die schuhe eigentlich anziehen aber das geht offenbar nicht nicht anklicken hochziehen geht nicht hier guck ja hochziehen geht nicht geht nicht geh mal aus dem verkaufsmenü raus vielleicht haben die so eine sonder dings von wegen mindestens level 10 nein nein das problem kenne ich also man kann nicht im weg wissen genau wenn du genauer macht ja nichts aber jetzt nehmen wir keinen schaden an okay ist ja gut ansonsten was ist mit der mit der dieser dieser rüstung da war dies rot können wir noch nicht requires 17 ist ja doof ja aber ich muss ich brauche auch 17 intelligenz und die länder zu leben wir nene ich meine auch das daneben links daneben das wäre jetzt rechts hier das können wir doch mal identifieren dafür das ist echt zu krass ich brauche definitiv ein monitor der noch größer ist ja auf jeden fall das sieht doch schon mal besser ist es besser gut dann nehmen wir das den hier ziehen wir aus ist ja noch nicht gedingst genau und ziehen wir den da später an das ist klar dann können wir jetzt alles vertickern wir das genau und wir werden auch gleich mal ein bisschen geld dazu verballern und wir haben auch einen neuen stein den wir einsetzen können was macht ihr denn das rosa trepp set explodes wenn triggert set ist lustig gar fanny frisch und deals one to four fire damage trap last ach nee die trap macht das ja aber ist ja kann doch nicht schaden oder wir können sie wieder ausnehmen ist egal wir haben ja hier in den also ich würde sagen dann in den in den in diesen handschmeichler neben dem was ja im grunde ist ja egal wo rein wie das ich bin ich weiß nicht inwiefern der ausgelöst wird wenn das ding in der rüstung steckt weißt du glaube ich ja nicht na ja doch 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 ja 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 du kennst dich ja auch eben du sprichst hier mit dem auto nein wirklich also geh gleich dann kann ich andere planer spielen ich habe ja ganz vergessen guck beispielsweise das hier habe ich komplett vergessen dass es sowas gibt wie vergessen das weiß ich doch dies der habe ich nicht gewusst ich wollte gerade eben schon meckern dass du nicht mehr mit dem bogen schießt was mich aber auch gewundert hast du hast den bogen überhaupt nicht eingesetzt er hat aber trotzdem der gem im bogen hat ein level abgemacht okay wahrscheinlich wahrscheinlich nimmt er dann die dinge auf wenn ich einfach ja ach scheiße jetzt muss ich ja den ganzen weg dann wieder laufen haben hier ist die was auf jeden fall also zuallererst möchte ich mich wirklich für diese wirklich etwas chaotische folge entschuldigen das war eigentlich anders geplant wir haben vorgesprochen macht wird es mal ein bisschen mehr mit plan richtig wir hatten sogar einen wirklichen plan wir wollten heute mal ein bisschen weiter kommen nur uns gefällt hier so gut ja hier ist gemütlich ja hier ist schön und abgesehen davon wer will schon level 10 werden weist also hier reicht doch viel passt wir sind immer wir sind glücklich und schau mal wie motiviert der dasteht das ist jetzt richtig aussieht das ist nicht schneidet das ist echt geil schon ziemlich cool ja und dazu hat er noch einen kochtopf an dazu gut ich würde jetzt mal vorschlagen wir gucken mal auf die uhr und ja tic tac tic tac tic tac tic tac tic tac hast du so gesehen erinnert mich an den hook kennst du auf so lange rede kurzer sinn bis zum nächsten mal tschüss tschüss schau dabei so